Wie sagt man immer? Erst wenn etwas nicht mehr da ist, stellt man fest, wie sehr man es wirklich geliebt hat. Also beim Thema Basketball kommt es mir jetzt so vor, als hätten wir seit drei Jahren kein Spiel mehr gesehen. Es sind ja dann doch nur ein paar Wochen, aber es reicht auch allmählich. Auch wenn die Sonne ständig scheint und wir dauernd in der Natur rumlaufen, es wird Zeit, mal wieder in die Halle zu gehen und schwitzenden Menschen beim Sport zuzuschauen, Dramatik spüren, Wettkampf spüren. Und gefühlt ist es tatsächlich so, als würde das alles jetzt hier schon Ewigkeiten andauern. Und deswegen wird es Zeit, dass wir wieder zurückgehen in die Halle. Helft mit und freut euch drauf, dass wir im Juni ein schönes Turnier spielen um die Deutsche Basketballmeisterschaft. Wie das alles funktionieren und aussehen wird, wissen wir doch auch nicht. Aber wir glauben, dass es klappt. Bis dahin.